Sag mal Noah, was willst du eigentlich mal werden? Mama, keine Ahnung, was ich werden will. Keine Ahnung. Unsere Vision? Wir wollen die beste Ausbildung für alle. Mit über 20.000 Mitgliedern ist unsere Ausbildungs-Community die größte moderierte Gemeinschaft zu diesem Thema in Deutschland. Hier treffen sich natürlich junge Leute. Mal sehen, was man so machen könnte. Ich hab da meine Frage. Ja, frag ruhig. In der Community sind zukünftige und aktuelle Azubis aktiv. Aber auch Eltern und Experten aus dem Ausbildungsumfeld. Also alle, die in der Start in eine perfekte Ausbildung besonders am Herzen liegt. Ich werde Lokführerin. Und was wirst du? Ich werde Einzelhandelskaufmann. Ich werde Pflegefachmann. Ich werde Anlagenmechaniker. Finde deinen Ausbildungsplatz. Werde Teil unserer Community. Jetzt! Jetzt!